Hallo, ich bin Meredith Michaels-Beerbaum. Ich bin ein Professioneller Springleiterin. Ich habe Probleme mit meinen Rücken gehabt, schon lange, über Jahre. Ich habe immer eine Lösung gesucht, bis ein Freund die Massagelie empfohlen hat. Das war eine super Antwort für mich. Ich benutze die Massagelie täglich und sehr oft zweimal am Tag auf Turnieren. Ich nehme das immer mit und ich würde das nie wieder hergeben. Seit ich die Liga benutze, muss ich sagen, dass meine Rückenschmerzen von hohe auf fast null verbessert sind. Ich hatte auch ein akutes Problem im Turnier nach einem Spring. Da habe ich die Liga sehr benutzt, damit ich den nächsten Spring reiten könnte. Ohne das Liga, glaube ich, war nicht möglich. So ist das eine unglaubliche Hälfte für mich. Ich nehme das Massagelie immer mit zu Turnieren und ich benutze das verschiedentlich. Manchmal vor ein großer Wettkampf, wenn ich mich gespannt fühle oder wenn ich Rückenschmerzen habe und manchmal dann nach, nur ein bisschen zu relaxen für den nächsten Tag. und es ist fast genauso bei den Pferden. Also bei den Pferden haben wir die Massagedecke manchmal vor das oder meistens mal vor das Spring an, dass die richtig locker und entspannt sind für die Prüfung. Und wenn wir merken, die brauchen das dann nochmal nach einem Spring oder ein großer Weg. Ich kann die Liga weiterempfehlen. Man kann das benutzen, wie man das braucht, auch ohne Rückenschmerzen, nur besser zu fühlen. Das ist echt, ich glaube, gut für jeden. Ja. 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 Ja.